viel zu schade zum angeln aber ich habe sie jetzt auch nicht ohne grund ganz ohne grund abgebissen denn man nimmt nur das schwanz teil so hat uns das der kollege auch geschildert also nicht die ganze garnele nur das schwanz teil ich ziehe die jetzt so man kann die mit der ködernadel geht das sicherlich schöner vielmehr stellt sich für mich die frage nehmen alle hier bei uns im bach diesen köder aus dem meer irgendwas zieht an der garnele ja was ist das ich glaube es ist eine hammerforelle das gibt es ja was heißt hammer aber wäre jetzt zu schön gewesen aber jetzt ist es doch eine forelle ich dachte im ersten moment es wäre ein aal aber das ist meine schöne forelle